jetzt herzlich willkommen zurück zu geht sie hallo hallo test lebt noch mehr von euch ja meine karten ja ehrlich habe ich aber vor gesagt hatte ich dann jetzt aber leise muss dann ich gleich über die ohr weg bringen ist ja schlimm so freundlich eine neue runde ein neues glück wir haben eine neue community und zwar die ww gc gaming klar ja das ist ja der blatt gedreht die sauf Nö, nö, ich hab die Molo ausgespielt. Ja. Plus 2 für Viros. Blau? Ja, blau hab ich. Es war wieder Uno. Die 7. Nö. Du, 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 du. Ja, du spielst ja für Viros. Du kannst ein paar Karten ziehen lassen. Ja, und er pennt. Was? Nee, keiner nicht. Wolltest du nicht? Mit Absicht? Karten? Nee, eigentlich nicht. Ich bin grad noch auf dem Lestab, aber gut. Ich stink mir schon. Oh Mann, ist das ein Ernst? Ich sehe jetzt besser, weil Viros muss jetzt mehr ziehen. Nein! Ja. Warte, 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 warte. Wenn du mir's kein... Ne? Oh, gelb, ist das ein Ernst? Hm. Hast du gleich mit Gelb? Oh, lieber. Viros hat gleich, äh... Über? Ja. Ja, schon. MMMM! Na, das ist gut. Ziem, Mann. Hörst du jetzt mal auf mit deinem Scheißgelb? So, jetzt kannst du aber mal Virus ziehen lassen. das virus nicht ziehen ja du schon willst ja wenn er das so macht ja was denn egal ein geschenk für mich weil sie sammeln wir zu viel ich sag doch gar nicht ja aber du kriegst mich jetzt schon die ganze zeit immer noch nicht das war eine kurze runde sondern eine der alle nicht ihr dürft nur nichts drücken dann geht es weiter nicht das spiel in 21 so war weiter fünf an was das spiel können wir weiter spielen ich freue mich schon wieder damit alles gibt es doch nicht auch du bist lustig so hallo okay sie ich hätte nämlich was spielen können das brett gekriegt langweilig ja ja jetzt zwei mal zwei ziehen der hat nicht mal ich bin so durch das kommt jetzt leider warst du hast man kann sich ja leider die aussuchen so viel und okay okay er sagt noch okay du bist so ein ewiger drecksack aber ja das macht er nicht mit weil er kein rot hat und aber super jetzt wird so lange sagen ich habe ja kurzschluss ist voll ruhig hier die sau hm ja 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 könnte nicht mal irgendwas gescheites legen das gibt es doch einfach ich wusste es direkt nicht wusste ich glaube ich muss mein stream in der nächsten runde ausmachen ist ja bei mir was war ja so ziemlich verdammter billi ja viel besser ist es doch was hast du denn vergangen ist aber ernst ja wieso nimmst du auch meine karten ich kann es auch nicht haben ne oh schön ja jetzt wird er wieder getauscht das wird er auch gar nicht ja tauscht doch wieder so her ja weiß was wir haben und weiter wird getauscht ja ja crazy ja 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 nein Nein! Ey, das ist nicht dein Herz! Was es denn hier für Karten gibt? Und Virus-Spiel Nummer Rot. Glaubst du doch selber nicht. Aber ich? Ja, jetzt zieht er erstmal schön. Ich kann doch kein Rot. Doch, er will Rot. Doch, hat er. Gleich nochmal. Ich kann doch kein Rot. Aber du wirst Glück mit dem ziehen, ne? Ja, ich hab's ja bloß. Ist da da kein Gelb? Ja, ein Gelber oder doch? Ja, aber mein Kontrollerspark gerade rum. Oh oh, er muss gleich ziehen. Und? Mit wem tauscht er? Äh... Wir uns auf der ziehen. Ahhhh... Hier ist es ein feuchtfröhliches Affengesindel, ey. Haha, zieh doch noch mehr! Ja, super Nerf! Zieh mehr! Komm! Komm! Hallo? Nein, ey! Boah, du Arschloch! Äh! Hallo! Hallo! Ich werde überhaupt nicht mal gefragt, ey! Nee! Ziehen! 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 Wörter! Ah, ja! Mamma mia! Oh, fuck it, ey! Ihr Virus bei dir ist ja am schlimmsten. Du kommst ja auch nicht weiter mit drei Karten. Ja, nerf ich auch nicht. Mein Controller spielt rum, ich weiß nicht warum. Warte mal. Lust! Könnte wieder funktionieren. Au, au! Ja, wieso, bitte! Zieh! Zieh! Nochmal ziehen! Es hört auf! Jawoll! Jawoll! So schön! Ja, ja! So ist richtig! Ihr könnt an den Ende! Dann wird's gleich weiterziehen! Das ist ein Richtungswechsel! Ähm! Ja, ich muss wieder... Ja, lol! Ja, kein Richtungswechsel! Oh, erzähl doch! Jetzt ist aber Schluss mit lustig, ey! Och, nee! Och, nee! Ne, vier 13 Karten, ey! Diese Runde wird ewig gehen, das seh ich jetzt schon! Oh, scheiß die Wand an, ey! So, jetzt geht's Werner! Wunderschön! Wir werden uns alle kaputt spielen! Lass! Komm! Gib Karte! Gib Karte! Genau so macht das Spaß, Alter! Schön! Viel Spaß! Mit zwei Karten! Wie rot? Äh! Ah! So, okay! Okay! Oh! Vier! Ja, wow! Gut, ey! Weil so ein Stapel sollte man ja auch von ausgehen, dass du noch nachdenken kannst, Nerf! Oh, nee, ey! Oh, ho, 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 ho! Da!? Mh? Grün find ich Tuske! Jetzt wird were getauscht! Ich war mit dem da oben! war da nicht noch Machen wir mal! Oh jeeeey! Alter! Und da halten wir uns gerade nur zu dritt hier oder wo ist der vierte Mann? Ich weiß nicht. Alles komisch schon, ja. Das finde ich gar nicht so schlecht die Karten. Na, Virus, was gibt es denn? Eine 4. Und, äh, ja. Eine 4. Ja, super, ganz toll. Also, Virus, auf deiner Seite würde ich nicht gerne spielen. Ne, ich jetzt auch nicht mehr. Nein, einfach mal so ein anderer Grund. Das geht nicht mehr und Okay, deswegen meine ich. Okay. Und ich kann nicht! Das darf ich doch nicht mal. Ja, die hat er auf gar keinen Fall. So, wir hatten am wenigsten Karten keiner. Doch, ich selber. Na toll. Fängt ja schon wieder mit Gelb an. Ich kann noch kein Gelb. Plus 4, plus 4. Hast du eine Tandem-Nadel? Ja. Heute gibt's Uno-Action-Rombedart. Jetzt kannst du rechnen. Mit plus 2. Wo du nicht spielst, ey. Jetzt hat er seine Karten wieder. Was soll ich denn damit anfangen? Das fragen wir nicht. Kannst du einmal Wechsel mitziehen? Virus! Ja! Einfach 2 ziehen, ja! Virus! Oh Mann, ey! Jetzt schwere Entscheider, ne? Ah, er nimmt doch mal einen. Okay. Erstmal Farbe. Wechseln hier. Geht ja gar nicht. Hm. Ziehen. Oh, du Arschloch! Es gibt's doch nicht. Hätten wir nicht... Ja, okay. Wir werden trotzdem noch Geld. Wir werden definitiv keine besten Freunde mehr, ey. Virus doch nicht wiederziehen. Nur zurück, mein Freund. So. Die Karten sind doch nicht mehr feierlich, ey. Ja. Plus 2! Plus 4! Oh, nee. Ja, das gibt's noch zurück. Ja, ja. Das gibt's noch zurück. Weil ich's kann. Dein Ernst jetzt? Das ist so geil. Du hast ja mal richtig gute Karten. Wir haben das Virus, immer. Alter! Egal, welch ich stamm bin. Ich krieg immer ne 4 aufgedrückt. Das Problem ist, es sind 2,7 drin. Das kann ich nicht. Ich glaub, Virus möchte gleich nicht mehr neben mir sitzen. Tun wir das? Ja, ach! Was ist los? Ich hab mich grad nur mit dieser Drehung, mit dem Unterstrich vertan. Ja. Durch eine 6 und der 9. Verdammt, ich noch mal! Sehr komm jetzt. Okay. Ähm. Na, Virus? Was läuft? Oder oben? Es ist nicht ein Ernst. Wolltest du noch mal mitspielen? Ja, gerne. Oh. Ja, toll. Ganz toll. Er muss ziehen. Er muss ziehen. Er muss ziehen. Ach, nur 1, die Zeugarten. Ist ja nix. Oh, Mensch. Oh, ey. Warum zieht man euch? Warum holt man sich? Ich hab immer die beschissensten Karten. Jetzt wird gesiemert. Jetzt wird gesiemert. Jetzt wird gesiemert. Da kannst du absolut nix mit anfangen. Ich hab gesagt, es wird gesiemert. Er wird seine Karten vorbei. Äh, okay. Jetzt wird gesiemert. Alles wird gesiemert. Ich möchte gerne meine Karten zurückgreifen. Hallo? Hallo? Was ist das? Ähm. 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 So, die Siemens sind durch. Also jetzt hab ich schon mal die Karten von allen anderen gesehen. Wir haben es trotzdem nicht alles behalten. Das ist alles Schrott. Das sind so viele, ich kann es gar nicht merken. Das nehme ich. Uh, Roach. Ähm. Ähm. Okay, wir können erst mal kurz mit anfangen. Also Virus wahrscheinlich nicht, aber... Na, Virus muss man sagen. Dann wieder auf Kry. Dann wieder auf Ant. Ja. 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 Rechnungwechsel. Dann noch die drei. Ja, kaum noch Karten. Oh, Mann, ey. Hallo? 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 Du konntest ja gar nicht. Ja. Der Speerzirkus geht weiter. Es ist richtig gut, dass du kein Rot konntest. Hallo? Blau kann ich nicht. Aber dafür gehen wir wieder auf Rot. Okay. Oh, Mann. Ja, nicht nur ein Rot aufhören. Ja, nicht nur ein Rot, aber da weiß ich noch nicht so, dem... Ja, du hast halt eine Rot. Aufhören. Ja, nein. Ich habe keine Rot. Oh, Mann. Ja, nein. Ja, nein. Ich habe keine Rot, aber ich weiß noch nicht. Oh, Mann. Ja, nein. ich würde sagen aus dieser runde sind wir raus wir sehen uns in der nächsten runde gab euch wohl